hallo leute heute der erste tage im pizztal mein erster vlog ich hoffe mal ich kriegs irgendwie gebacken viel spaß beim zuschauen und hier meine geile kamera haltung muss drauf tal unten 1800 meter hier oben 2322 ungefähr ja während dem laufen haben wir wenig gesprochen war einfach anstrengend für uns beide das erste mal seit einigen jahren dass ich mal wieder in den bergen unterwegs bin im sommer im winterskifahren bin ich ja häufiger aber das ist eine ganz andere anstrengung ein ja 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 Wir sind unten mit langer Hose gestartet und langer Oberbekleidung und ich bin froh, dass ich die kurze Hose mitgenommen habe. Das wäre die Alternative gewesen. Aber du wolltest ja auch mit Boxershorts im Gletscherbach. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kalt. Victory! Na ja, wir wollten ja noch da hoch. Der Riffelsee ist da. Natürlich. Da kommst du hinten. Da hinten der Kaunertaler Gletscher. Und da oben steht einer. Rechts orange. Weiter rechts schwarz. Weiter rechts. Mitten im Geröllfeld. Weiter rechts. Jetzt gerade. Naja, jetzt bist du längst gerade. Ja. Da komm ich schon hoch. Muss halt Geröll laufen. Gletscher da. Taschachtaler Gletscher da. Und geben wir den Gletschern. Da ist sogar ein ausgeschriebener Weg darüber. Das Schild. Zwei Stunden nach Startbeginn. 11 Uhr 10 Uhr. Zwei Stunden hier hoch. Finde ich gut. Ja. Mal gut durchzusaugen. Ganze Horten an Menschen. Wir gehen. Gucken das mal. Au. Hotsch. Echt? Alter ist der sehr groß. Ja. Mhhh. Hauptsächlich Gletscherwasser was da drin ist. Ja. Also im Grunde könnten wir noch einmal außen rumlaufen. Dahinten kommen Wasserfälle runter. Da drüben erscheinen. Da ist auch glaube ich noch mal eine. Da unten erscheinen. Ja. Außen rumlaufen. Habe ich nicht gedacht. Aber am Ende vom See auf der rechten Seite waren auch noch Kaulquappen. und Fische im See. Auf über 2000 Meter Höhe. Ja. Bei mir wahrscheinlich auch. Guck mal. Rücken. Hui. Und oben. Sieht aus wie Pikachu. Was ist das irgendwelche Jugendlichen in mein T-Shirt fangen oder? Ja. 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 Ja.